So, hallo meine lieben Impfwagen und Waage-Ascendenten, so nun seid ihr dran. Ja, ich begrüße euch natürlich erstmal ganz ganz herzlich, schön, dass ihr wieder dabei seid. Da freue ich mich drüber, alle neun unter euch natürlich auch, ne, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn euch das gefällt, was ich hier tue und vor allen Dingen das kleine Glöckchen nicht zu drücken, damit ihr auch immer gleich Bescheid wisst, wenn da ein neues Video kommt. Ja, denkt bitte daran, das ist eine allgemeine Legung, das kann und wird auch nicht unbedingt auf jeden zutreffen. Wenn es wirklich absolut nichts mit euch zu tun hat, lasst es einfach weiterziehen, schaut sonst nochmal in euren Ascendenten rein. Ja, ich bin ja jetzt mal gespannt, was sich da zeigt. Ich habe die Karten schon vorgezogen für euch, damit das nachher auch nicht so lange dauert. Das heißt, wir können gleich loslegen. So, dann wollen wir mal gucken beim Seelenorakel, was sich da für euch zeigt. Da sind zwei Karten gefallen. Ich stehe jetzt auch immer hinter der Kamera, dann könnt ihr das Kartenbild nämlich besser überblicken. Bei euch, ja, meistens fällt nur eine, aber manchmal eben auch zwei. Gucken, dass ihr das so jetzt gut sehen könnt. Gut. Wir haben hier einmal den Pfeil und wir haben die wilde Frau. Hört sich ja erstmal ganz urig an, oder? Aber, also, der Pfeil sagt eigentlich nur, ja, er spornt dich praktisch an, die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und bedeutet, dass du praktisch kurz davor bist, auf einem ganz bestimmten Gebiet in deinem Leben das Ziel zu erreichen. Ja, er steht auch für den Moment, in dem dir klar wird, dass deine Wünsche und deine Absichten, die du hast, die der Wind mit sich getragen hat, die du vielleicht irgendwann mal geäußert hast, ja, auf fruchtbaren Boden fallen. Und deine Aufgabe besteht jetzt einfach darin, dich zu entspannen, aber dennoch fokussiert zu bleiben, mit auf die belohnend gerichteten Blick, sag ich mal, also mit auf das Ziel gerichtet und eben auch darauf zu vertrauen, ja, und aber jetzt in den Flug des Pfeils, sag ich mal, nicht einzugreifen. Also das Universum für dich arbeiten zu lassen, ne? Es ist jetzt nicht an der Zeit, da einzugreifen, sondern lass es mal auf dich zukommen. Das Universum ist schon dabei, auf deutsch gesagt, je nachdem, welches Gebiet das natürlich bei dir, sag ich jetzt mal, betrifft, ne? Ja, und die wilde Frau, ja, die habe ich sehr selten eigentlich, aber die erscheint eigentlich, ja, um dir eben zu sagen, dass du eingeladen bist, praktisch zu fühlen, hell zu leuchten und dir eben auch klar zu machen, dass dein wahres Selbst aufgerufen ist, sich in der Welt zu engagieren, das heißt, etwas zu tun. Es ist auch ein Symbol dafür, dass ein langgehäbter Traum von dir Wurzeln schlagen und zum Ausdruck gebracht werden darf. Du bist authentisch, passt in, also dieses, äh, dieses Selbst von dir, sag ich mal, das passt in keine Schublade rein. Ähm, du brauchst die Freiheit, auch leuchten zu dürfen, das auch zeigen zu dürfen, und deswegen musst du jetzt auch den Mut fassen, sag ich mal, in dieses Licht zu treten, drücken wir es mal so aus. Denn die Frau gesagt, die wilde Frau sagt eben auch, leuchte hell, tanze voller Hingabe, sei ganz du selbst und lass den großen Geist entscheiden, was passiert. Und genau das sagt der Pfeil ja auch. Dein Weg ist bereitet, das Universum arbeitet mit Hochtouren da dran, deinen Wunsch zu erfüllen. Ist das nicht toll? Boah, da kriegt man ja eine Gänsehaut. Schauen wir mal weiter, Weisheitskarten der Seele. Da haben wir, ich lege das mal hier so hin, ja. Da haben wir einmal den magischen Kantenwandler. Hört sich interessant an, ne? Ja, also, der Karte, ja, werde auf Menschen aufmerksam, die in dein Leben treten. Von denen du jetzt aber vielleicht noch nichts weißt und die du vielleicht auch noch nicht kennst. Ähm, die werden dich auf deinem Entwicklungsprozess, auch was deine Wünsche angeht, sag ich mal, voranbringen. Vielleicht begegnest du dabei auch einer Verwandtenseele, ne? Die dich dazu animiert, sag ich mal, dein Bestes selbst zu sein. Also, du selbst zu sein. Endlich mal wieder du selbst zu sein. So. Äh, oder auch einen Menschen, sag ich mal, aus einer schwierigen Lage heraushilfst, äh, an einen sicheren Ort geleitest oder auch eben zum Erfolg führt. Das heißt, es könnte dir da jemand begegnen. Also, achte eben auch auf die Menschen, die deinen Weg kreuzen, ja, und die dich, sag ich mal, ja, dazu veranlassen, über die Reise deines Lebens nachzudenken, ne? Was willst du eigentlich wirklich? Sei wach und bewusst und du wirst ihnen die Mittler des Wandels erkennen, die sie sind. Und die Wahrnehmung von dir, was du bist und warum du hier bist, wird sich verändern. Das heißt, da wird auch ein, eine Wandlung stattfinden. Deswegen heißt er auch Kantenwandler, ne? Verwandler, sag ich mal. Also, enthüllt dir immer ein besseres Bild deiner selbst. Vielleicht auch von Ecken, die du vielleicht auch noch gar nicht kennst, ne? Ja, und deine Führungsqualitäten einfach auch mal wieder zu zeigen, ne? Denn das, die zweite Karte ist die Führungsqualität. Und du bist dazu aufgerufen, andere durch dein Beispiel zu führen. Du hast in der zurückliegenden Zeit, sag ich mal, Weisheit, Weisheiten, viel Erfahrung gesammelt. Drücken wir es mal so aus. Ich will es nicht mehr so schwulstig ausdrücken. Ja, und all die Erfahrungen, die du eben auch gemacht hast, die gewonnenen und auch verlorenen Schlachten, die Entdeckungen mit großen Tränen, das Glück, was du erfahren hast. Und die präsentieren, prädestinieren dich jetzt auch dazu, sag ich mal, dienlich zu sein und andere zu führen. Ja. Deine Weisheit, deine Klugheit werden dich da hinführen. Vielleicht auch eine, ja, Führungsposition oder so einzunehmen. Vielleicht wird dir auch sowas angetragen. Oder du spielst auch schon lange mit dem, mit dem Gedanken. Wichtig dabei ist immer, dass du in Liebe handeln sollst. Also nicht aus Egoismus, sondern weil es dir liegt, weil es dir Spaß macht, ne. Und sie sagt eben auch, sieh auf die Menschen von Charakter und großen Verdiensten, die du bewunderst und eifere den von dir respektierten Leitfiguren nach. Dann wirst du selbst auch mehr zu geben haben. Ja, Mensch, das sind ja tolle Sachen, die hier bevorstehen. Das spricht alles eine Sprache hier, meine Lieben. Dann gucken wir mal, welches Krafttier habt ihr denn für den Februar? Den herrscht die Öffnung. Vertraue deiner feinfühlig-sensitiven, hellsichtigen Eingebung. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Ja, der sagt das auch schon wieder, ne. Da kommt was Neues. Oh, 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 oh. Da darf man ja gespannt sein. Und der Engel der Gelassenheit. Ja, bitte deinen Engel dir Gelassenheit zu schenken. Sie bringen dir inneren Frieden und Ausgeglichenheit. Lass dich vom Nichts aus dem Gleichgewicht bringen und vertraue darauf, dass dein Engel dir hilft, alles wieder ins Lot zu bringen. Nur mit einem Herzen voller Ruhe und Besonnenheit kannst du zur Harmonie gelangen und den Stürmen des Lebens trotzen. Supi! Ja, so, dann wollen wir mal gucken, was bei euch in der allgemeinen Übersicht drin ist. Um welche Themen es sich nächsten Monat dreht. Für diejenigen unter euch, die es betrifft. Was haben wir denn da? Wir haben die Eulen, die Wolken und den Schlüssel. Also, große Veränderung, Umbruch, Aufbruch. Das hatten wir ja oben schon, ne? Also da tut sich auf jeden Fall etwas. Ja. Da sind aber auch noch ein paar Unklarheiten, Verwirrungen. Das sagen die Wolken aus. Man befindet sich noch in so einem Schwebezustand, weil man noch nicht genau weiß, was da kommt. Das betrifft auch diesen Kantenwandler. Da sind natürlich noch ein paar Sachen zu meistern. Drücken wir das mal so aus. Und der Schlüssel, ja, da sagt natürlich, man findet die Lösung, eine Bestätigung, wahrscheinlich, dass man auch vielleicht Klarheit bekommt. Und hat auch was mit der Realität zusammen. Also den Schlüssel zu finden, das Schloss zu öffnen, mit Herz und Verstand da ranzugehen, ne? Verantwortung auch eben dafür zu übernehmen. Aber wir gucken mal, auf welche sich das praktisch bezieht. Wir gucken mal in den ersten Stapel rein. Was haben wir denn da? Da haben wir schmerzhafte Abschied, Trennung, seinen eigenen Weg gehen. Okay, und da haben wir das Buch. Und das Buch spricht immer davon, ja, dass noch etwas verborgen ist. Heimlichkeiten, Ungeahntes, dass da irgendetwas passiert, sag ich mal. Man muss erstmal noch seinen eigenen Weg finden. So kommt mir das hier. Das ist noch so ein paar Geheimnisse da, die wohl noch gelüftet werden wollen. Das hat hier wohl mit den Unklarheiten noch zu tun, wie der weitere Weg ist. Deswegen, ihr sollt nicht drauf ein, ja, ihr sollt das Universum machen lassen. Und hier haben wir dann noch von den Secret Cards die langsamen Nachrichten. Das heißt, man hängt so in der Warteschleife. Man möchte gerne was tun. Das Universum sagt aber, es ist schon dabei, die Dinge für dich zu regeln. Also du sollst erstmal, ja, abwarten. Drücken wir es mal so aus. Wir schauen mal weiter. Vielleicht ergibt sich das nachher noch. Dann haben wir hier, oh, guck mal, da haben wir schon mal die Sonne. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir hier wieder die Wolken. Sich freuen. Aber da sind noch Unklarheiten. Und dann eben Verwirklichung, Willensstärke. Da haben wir die gleiche Aussage. Da sind noch, ja, um die Sonne, sag ich mal, um die schöne Zeit, sorglos zu sein, da bedarf es noch etwas zu verwirklichen, Willensstärke eben auch zu zeigen, Unternehmergeist zu zeigen, also die Macherenergie. Dann haben wir hier den Ast der Kelche, Chance auf die große Liebe, beziehungsweise auch eben auf das Glücklichsein. Dann haben wir nochmal den Klee, die Umarmung und die Organikobulisten. Das ist die Kraftfällehebung der Schwingung. Die Umarmung ist so das Friedensangebot, die Emotionen, so eine seelische Nähe. Der Klee ist so ein kurzes Glück, sag ich mal. Und das Ast der Kelche ist so das, ja, volle aus dem Gefühl heraus. Also auch da schwankt die anscheinend noch so ein bisschen. Da sollt ihr eure Schwingungen heben, sag ich jetzt mal, das positiver zu sehen. Wir gucken mal weiter. Vielleicht kann ich mir da gleich noch einen Reim drauf machen. Wir haben hier die neuen Münzen. Wohlstand in der Reichtum. Aha, da kommt der Hund die Hilfe und die Unterstützung. Und auch da, sag ich mal, lehnt man die Realität ab. Man verpasst eventuell Gelegenheiten, ist vielleicht trotzig, unzufrieden und verschließt die Augen dafür. Oder man will keine Hilfe annehmen. Vielleicht von Freunden. Also irgendwo mit hat man hier noch ein Problem, den Schlüssel zu finden. Wir gucken mal auf den letzten Stapel. Das scheint hier alles um das Gleiche zu gehen. Hier haben wir das Offensein und andere Willkommen heißen. Dann kommt hier wieder der Teufel und die Schlange. Und Engel der Inneren Einkehr. Ja. Also meine Lieben, ich glaube, das geht darum, und das sagt die Letzte hier, auch eure Gedanken zu ordnen. Ihr sollt ja in den Flug nicht eingreifen. Vielleicht, ja, wie soll man das sagen? Mir kommt es hier so vor, ihr habt da schon eure Ziele gesteckt. Und habt aber momentan noch so ein bisschen, ihr seid mit irgendwas gehemmt oder ihr braucht jetzt Willensstärke. Es müssen da noch ein paar Hürden genommen werden. Da müsst ihr natürlich selber dran arbeiten. Das hat sehr viel mit euch selber zu tun. Ich habe jetzt hier ja den Teufel, also offen, dieses Offen zu sein und andere Willkommen heißen. Darunter haben wir den Teufel. Verführung, abhängig sein, sich abhängig machen. Ähm, Engelchen und Teufelchen, sag ich immer, so ein bisschen auf der Schulter sitzen. Dann haben wir die Schlange und die Schlange steht ja auch immer entweder für eine weibliche Person, die euch das, ja, die da rummanipuliert. Kann natürlich auch sein. Da sind Komplikationen einfach, Störungen, ähm, man muss manchmal Umwege gehen, ähm, eine Gefahr der Manipulation ist auch da. Ja, das sagt mir hier auch der Teufel, irgendeiner, ähm, manipuliert euch da vielleicht auch, drücke ich das mal so aus. Und deswegen kommt hier auch der Engel der Inneren Einkehr. Die Gedanken ordnen, zur Ruhe kommen, Angstlösung, Blickwinkel ändern, Neusortierung. Ihr habt hier noch die Scheuklappen auf. Ihr müsst diese Fremdenergien, die um euch rum sind, klären, meine Lieben. Weil ihr steht teilweise oder derjenige eurem Glück im Wege und ihr lasst euch da bequatschen. So kommt mir das hier rüber. Ja, ihr müsst da erstmal Klärung reinkriegen. Und deswegen haben wir hier auch zweimal die Wolken. Weil hier oben haben wir das Ast der Kelche, die Sonne, das Glück, ne. Dann hier, ihr müsst euch von etwas verabschieden. Und ich glaube, dazu gehört auch, eure Gedanken zu ordnen. Hier. Und ihr werdet da Hilfe bekommen. Da habt ihr momentan aber noch die Scheuklappen auf. Hier. Seht ihr das? Also das spricht Bände hier. Ich muss es leider mal so sagen. Mir kommt es so vor, als wenn ihr eurem eigenen Glück im Wege steht. Versucht mal, euch zurückzunehmen. Versucht mal, einen Rundumblick zu machen. Oder schreibt euch das auf. So kommt mir das vor. Hier auch diese Hebung der Schwimmungen. Positives Raumklima, ne. Vor allen Dingen Klärung von Fremdenergien. Irgendeiner manipuliert euch da, habe ich das Gefühl. Weil wir haben hier den Teufel. Wir haben hier eigentlich gute Karten. Und ihr sollt euch auch auf den Weg machen. Und ihr werdet da wahrscheinlich auch auf Menschen treffen. Nur ihr müsst euch auch öffnen dafür. Versteht ihr? Also das ist jetzt nur ein Hinweis von ihr. Ich will euch jetzt nicht kritisieren. Ich weiß ja, dass man manchmal in so ganz komischen, äh, ja, wie soll man das sagen, Situationen drinne steckt. Ne, ich stecke ja nicht bei euch im Kopf drinne. Ich, ähm, ich hoffe, dass ich euch da mit so einem kleinen Wink mit dem Zaunfall jetzt geben kann. Auf jeden Fall habe ich hier das Gefühl, dass euch hier, oder dass ihr von irgendjemandem hintenrum manipuliert werdet. Es könnte auch sich um eine Frau handeln. Ähm. Und ich glaube, ihr müsst mal wieder zu euch selber finden. Es geht hier um euch selber und um euer Fortkommen. Und das Universum unterstützt euch dabei. Deswegen sollt ihr jetzt auch diese Passivität, also abwarten. Da wird was kommen, meine Lieben. So kommt mir das vor. Ähm. Oder ihr verschließt die Türen vor euch selber hier. Ich gucke jetzt nochmal, und das interessiert mich ja jetzt brennend, in euer, ähm, Horoskop rein. Was haben wir denn da? Vielleicht löst sich das damit hier auch gleich. Ich meine, meistens passt es nämlich in irgendeiner Weise ein bisschen zusammen. Wir haben hier, Beziehungsarbeit ist angesagt. Der Zusammenhalt ist gut. Anfangs ist es vielleicht ein wenig anstrengend, aber eure Bemühungen dürfen Früchte tragen. Deshalb bleibt dran. Jetzt ist die Heilung von Beziehungsmustern möglich. Das kann natürlich auch damit was zu tun haben. Was haben wir denn hier in Karriere und Finanzen da? Irgendetwas? Ne, das kommt nachher erst ab März. Also mit Geld, glaube ich, hat das hier auch nichts zu tun, meine Lieben. Also mit Geld hat das hier nichts zu tun. Gesundheitlich? Ne, auch erst ab März, meine Lieben. Also ich, es könnte natürlich sein, dass das hier wirklich in irgendeiner Weise mit einer Beziehung zu tun hat. Wo ihr jetzt momentan Wolken seht, wo ihr den Kopf in den Sand steckt, wo Stillstand einfach ist, weil ihr das Gefühl habt, da sind noch Geheimnisse, ihr euch da aber jetzt langsam von verabschiedet. Also ein Umbruch ist da definitiv. Da kommt eine große Veränderung rein bei euch. Das sagt ja hier auch. Das kann auch sein, dass jetzt hier echt in diese Geschichte das Universum eingreift und euch da hilft. Weil da haben wir das Glück. Wir haben das Ast der Kelche. Wir haben die Sonne mit da drin. Und da drin, hier die Sonne, da die Wolken. Versteht ihr? Das ist immer so ein hin und her und hin und her. So ein On-Off, ne? So kommt mir das hier rein. Und dadurch, dass wir hier eigentlich keine Münzen haben, das kann hier gut um eine Beziehung gehen, um eine, die eigene Willensstärke zeigen, nachfragen, sich in der Warteschleife befinden. Da ist noch irgendetwas unklar. Und diese Unklarheiten, da sollt ihr Hilfe annehmen hier. Da habt ihr aber noch, ja, ihr lehnt die Realität ab. Diejenigen unter euch. Also das ist hier wirklich anscheinend nur für einen ganz besonderen Telefonkreis, wollte ich schon sagen. Jetzt habt ihr mich soweit. Für einen bestimmten Kreis unter euch. Also das hat das Universum hat gesagt, das muss definitiv erwähnt werden für diejenigen unter euch. Weil ich habe hier Offensein und andere Willkommen heißen. Hier haben wir den Teufel und die Schlange. Das heißt, ihr werdet von irgendetwas manipuliert. Und ihr sollt, die Antwort darauf ist, ihr sollt eure Gedanken ordnen, zur Ruhe kommen, Angst lösen, sag ich mal, den Blickwinkel ändern und euch neu sortieren. Um da einen Durchblick zu kriegen. Da sind noch Geheimnisse, Unklarheiten, vielleicht auch Enttäuschungen. So ein kritischer Zustand, der für euch ja ganz bestimmt nicht schön ist. Ihr könntet es aber anders haben, wenn ihr da loslassen würdet. Aber da habt ihr momentan noch ein bisschen die Scheuklappen auf. So kommt mir das hier vor. Ihr ignoriert einfach ganz bestimmte Sachen. Und ich glaube, dass da jetzt das Universum eingreifen wird. Diese Geheimnisse hier, die da noch sind. Weil hier haben wir ja den Trennung, den eigenen Weg gehen, euren Weg gehen. Und da haben wir die schöne Zeit, da haben wir die Chance auf Glück, da haben wir die Chance auf Wohlstand und dafür offen zu sein. Versteht ihr? Und das ist das, was ihr hier, ja. Ihr selber seht das aber noch gar nicht so. Ich drücke das jetzt mal so aus. Ich will das jetzt hier nicht negativ ausdrücken. Das kommt immer, man steckt manchmal in den merkwürdigsten Lebensumständen drin. Also ich hoffe, dass ich euch damit einen Denkanstoß geben konnte, für diejenigen unter euch auf jeden Fall. Sonst vom Horoskop her, wie gesagt, sieht es eigentlich, sonst ist es neutral. Drücken wir es jetzt mal so aus, was das Berufliche angeht, finanziell. Und darum geht es hier auch nicht. Also hier scheint es wirklich um eine Beziehung zu gehen. Oder es können auch familientechnische Sachen natürlich sein. Aber irgendetwas liegt hier im Argen und da verschließt ihr eure Augen noch vor. Und ich gehe mal davon aus, dass sich da das Universum einschalten wird. Weil das guckt sich das nämlich nicht mehr lange mit an hier. Und ihr sollt eure Führungsqualitäten zeigen. Kantenwandler. Die Ecken und Kanten, die man selber so hat. Man soll mal wieder lebensbejahend sein. Für sich selber was tun. Auch wenn es manchmal echt schwer fällt, wenn da jetzt wirklich noch was zu bearbeiten ist. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen damit. Bedanke mich von euch. Wünsche euch trotzdem natürlich einen tollen Februar, 2021. Macht was draus, meine Süßen. Und wir sehen uns demnächst. Bis dann. Ciao. Ciao.